Hallo zusammen, heute von der Grimsel Passstrasse. Ich bin hier unterwegs mit einem Tiefkühlcontainer, der muss ins Oberwallis. Und ich habe noch ein paar Meter runter, aber die Bremsen, die Auflaufbremsen hier werden so richtig warm. Und jetzt mache ich einen kleinen Stopp, weil die glühen schon fast. Ja, das ist es hier vom Grimsel. Ich war noch nie so hoch mit einem Tiefkühlcontainer. Zum Glück ist es nur ein kleiner, dann bremst ich auch viel besser. Ich verlinke euch hier ein Video über unsere Tiefkühlcontainer und ich wünsche euch einen schönen Tag.